Der Prolog von Orchid vom 16. November Gedenken Der heilige Apostel Matthäus, der Evangelist, der Sohn des Alpheus, war ein Zöllner, als der Herr ihn in Kapernaum sah und sagte, folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm. Matthäus 9, Vers 9 Danach empfing Matthäus den Herrn in seinem Haus und gab ihm so die Gelegenheit, einige große Wahrheiten über sein Kommen zur Erde zum Ausdruck zu bringen. Nachdem Matthäus den Heiligen Geist empfangen hatte, verkündigte er das Evangelium den Patern, Medern und Äthiopiern. In Äthiopien setzte er seinen Jungen Platon zum Bischof ein und zog sich in die Berge zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Dort erschien ihm der Herr. Matthäus taufte die Frau und den Sohn des Königs von Äthiopien, worauf dieser sehr erzürnte und einen Trupp Soldaten losschickte, die Matthäus vor Gericht bringen sollten. Die Soldaten kehrten zum König zurück und sagten, sie hätten Matthäus' Stimme gehört, ihn aber nicht mit ihren Augen sehen können. Der König schickte einen zweiten Trupp. Als sich die Soldaten dem Apostel nährten, leuchtete dieser in einem derart machtvollen himmlischen Licht, sodass sie ihn nicht anzusehen vermachten. Von Furcht erfüllt warfen sie ihre Waffen fort und kehrten zurück. Dann begab sich der König selbst dorthin. Matthäus strahlte ein solches Licht aus, dass sein König sogleich erblindete. Doch der Heilige Apostel hatte ein mitfühlendes Herz. Er betete zu Gott und dem König wurde sein Sehvermögen zurückgegeben. Doch leider sah er nur mit den körperlichen, nicht aber mit den geistigen Augen. Er verhaftete Matthäus und unterwarf ihn grausam Torturen. Zweimal wurde auf seiner Brust ein großes Feuer entzündet. Doch die Kraft Gottes bewahrte ihn lebendig und unversehrt. Dann betete der Apostel zu Gott und gab seinen Geist auf. Der König befahl, dass der Leib des Märtyrers in einen Bleisack gelegt und ins Meer geworfen werden sollte. Der Heilige erschien Bischof Platon und sagte ihm, wo der Sarg, der sein Leib bag, zu finden sei. Der Bischof holte den Sarg mit Matthäus' Leib aus dem Meer. Als der König dieses neue Wunder sah, ließ er sich taufen und empfing den Namen Matthäus. Danach verließ der König all die Eidlichkeit der Welt, wurde Presbyter und diente der Kirche auf gottgefällige Weise. Als Platon starb, erschien der Apostel Matthäus dem Ers Presbyter Matthäus und riet ihm, das Bischofsamt anzunehmen. So tat er und viele Jahre lang war er ein guter Hirte, bis hin der Herr in sein ewiges Reich rief. Der heilige Matthäus, der Apostel, schrieb sein Evangelium in aramäischer Sprache. Kurz darauf wurde es ins Griechische übersetzt. Und der griechische Text ist uns überliefert worden, während der aramäische verloren ging. Es heißt, dass dieser Evangelist niemals Fleisch aß, sondern nur Gemüse und Früchte. Der gottgeweihte Sergej von Malopiniga war ein russischer Gemeindepriester, der ein gottgefälliges Leben führte und 62 Jahre in der Provinz Volokta zelebrierte. Er entschlief im Frieden am 16. November 1585 im Alter von 92 Jahren. Lobeshymne Der heilige Apostel Matthäus, der Evangelist. Seinem heiligen Apostel Matthäus erschien der Herr im Land der Dunkelhäutigen, gab großen Trost dem gematerten Krieger und viel Kraft seiner heldenmütigen Seele. Der Herr gab ihm einen Stab aus seiner Hand und wies Matthäus an, ihn vor der Kirche einzupflanzen. Er sagte ihm, dass er lebendig ergrünen und verschiedenfarbiger blühen und süße Frucht tragen werde, an der sich alle erfreuen. Eine Quelle werde unter seinen Wurzeln entspringen, ein Quell kühlen Wassers für die Dürstenden. Eines jeden Antlitz, der sich mit Danksach und Darang erquickt, werde im himmlischen Licht aufleuchten. Der Apostel tat, wie der Herr gesagt, und das Holz sproste und wurde mit Blüten geschmückt. Ein lebendiges Wasser floss unter den Wurzeln hervor, und die Kirche füllte sich mit vielen Menschen. Wer krank war, wurde geheilt, wer gesund war, wurde noch gesünder. Die Dunkelhäutigen wurden gesegnet, ihre Gesichter leuchtend. Und dieses wilde Volk wurde Gottes Weinberg. O wundervoller Baum, wäre er doch auch bei uns. Doch wir haben ihn, Herr Brüder, wir alle haben ihn. Er ist Christus, der Herr, der Herr der Scharen. Er ist der Baum des Lebens, durch ihn sind wir gerettet. Betrachtung Gilt das Gebot des Herrn über unablässiges Gebet, Lukas 18, Vers 1, nur für Mönche oder für alle Christen? Wenn es nur für Mönche gelten würde, hätte der Apostel den Christen in Thessaloniki nicht geschrieben, betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 Der Apostel wiederholte somit das Gebot des Herrn Wort für Wort und spricht es zu allen Christen ohne Unterschied zwischen Mönchen und Laien. Der heilige Gregor Palamas lebte einige Zeit als junger Mann in einem Kloster in Bereuea. Es lebte dort in dieser Gegend ein berühmter Asket namens Hiob, der von allen verehrt wurde. Einmal geschah es, dass der heilige Gregor im Beisein des Altvaters die Worte des Apostels zitierte und versicherte, das unablässige Gebet sei für alle Christen notwendig, nicht nur für Mönche. Der Altvater Hiob entgegnete auf diese Worte, das unablässige Gebet sei nur für Mönche notwendig, nicht für alle Christen. Gregor, der damals noch ein junger Mann war, verzichtete darauf, weiter zu argumentieren, denn er wünschte keinen Streit und zog sich in die Stille zurück. Als Hiob zu seiner Zelle zurückgekehrt war und im Gebet stand, erschien ihm ein Engel Gottes in großer himmlischer Herrlichkeit und sprach zu ihm, Alter Mann, bezweifle nicht die Wahrheit der Worte Gregors. Er sprach wahr, du aber sei still und vermittle dies den anderen. Daher also bekräftigten sowohl der Apostel, eilt auch der Engel das Gebot für alle Christen, unablässig zu Gott zu beten, wenn nicht unablässig in der Kirche, dann doch unablässig an jedem Ort und zu jeder Zeit im Inneren des eigenen Herzens. Wenn Gott auch nicht einen Augenblick darin ermüdet, uns Gutes zu schenken, wie können wir dann darin ermüden, ihm dafür zu danken? Wenn er ständig an uns denkt, warum denken wir dann nicht ständig an ihn? Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Schöpfung der Welt, Genesis 1, wie Gott am dritten Tag das trockene Land vom Wasser schied, wie er der Erde befahl, Gras und fruchttragende Bäume hervorzubringen, wie dies alles gemäß dem Wort Gottes geschah und es gut war. Homilie Über die Einwohnung Christi in den Herzen der Gläubigen Durch den Glauben wurde Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Epheser 3, Vers 17 Mit dem Glauben kommt Christus in das Herz und mit Christus kommt die Liebe und so wird der Mensch in der Liebe verwurzelt und gegründet. Erst als wir glauben, dann mit dem Glauben die Gegenwart Christi im Herzen. Mit der Gegenwart Christi kommt die Gegenwart der Liebe und mit der Liebe kommen unersprechliche Güter. Mit wenigen Worten zeigt uns der Apostel alle Stufen der Vollkommenheit. Der Anfang ist der Glauben und das Ende ist die Liebe. Glauben und Liebe sind in einer lebendigen und ungeteilten Einheit durch die Anwesenheit des lebendigen Herrn Jesus Christus im Herzen miteinander verbunden. Durch die Stärkung unseres Glaubens überwinden wir zunehmend die Entfernung zwischen uns und Christus, dem Herrn. Denn fester Glaube zieht uns zu Christus. Schließlich wird das Herz mit Christus erfüllt und kann von ihm nicht getrennt werden, wie eine Lunge nicht von der Luft getrennt werden kann. Dann erfreut sich der Mensch der Gemeinschaft mit Christus in seinem Herzen durch das Gebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich, meine des Sünders. Und das Herz wird unmerklich von Licht und feuriger Liebe erfüllt. So vereinigt sich die Liebe mit dem Glauben und der Hoffnung. Und wenn sie vereint sind, schwinden die Grenzen zwischen ihnen und es ist für den Menschen unmöglich, die verschiedenen Bewegungen des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung voneinander zu unterscheiden. Wenn der lebendige Christus im Menschenwohnung nimmt, sieht dieser nicht länger Glauben, Hoffnung und Liebe in seinem Herzen, definiert und benennt sie nicht, sondern er sieht und nennt nur noch Christus. Wie ein Fruchtbauer im Herbst, der auf die reifen Früchte an seinen Bäumen schaut, nicht mehr von Blüten und Blättern spricht, sondern von der Frucht, von der reifen Frucht. O Herr Jesus Christus, du höchster Gipfel all unserer Mühen und Ziel all unserer Reisen, nahe dich uns und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.